Ich lade euch jetzt dazu ein, euch während des Konzertes frei im Raum zu bewegen und die Klaviermusik mit den verschiedensten Geräuschkulissen zu erleben. Hört jeder Box einmal zu. Sie erzählen euch von den Plätzen, wo Flügel stehen und von Plätzen, wo Flügel stehen könnten oder sollten. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.